Liebe Besucher, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Ansicht unseres neuen Imagefilms und beim anschließenden Stöbern in unserer neuen Homepage. Und das Stöbern fällt sehr leicht beim Gewinner des Wettbewerbs. Unser Dorf soll schöner werden. Hier zwischen den Flusstälern von Ilz und Ohe weiß man sich in Szene zu setzen, auch mit dem netten Hinweis, wo man kostenlos müssen darf. Viel in Neuem ist man hier aufgeschlossen, aber auch der Tradition verpflichtet, wie mit der einzigen bayerischen Zigarrenmanufaktur. Der Einblick in die alte Handwerkskunst wird von einem faszinierenden Dufterlebnis begleitet. Das denkmalgeschützte und ehemals leerstehende Gebäude am Marktplatz dient nach der umfangreichen Sanierung mit dem Namen Bauhütte nun als Informations- und Begegnungszentrum für den Markt und die Ilzer Landgemeinden. Hallo Simone, die Bücherei ist offen, komm doch rüber. Auch die ist in die Bauhütte integriert und trägt die Überschrift Bücherei und Begegnung mit saisonalen Aktivitäten. Mit diesem Projekt sind endlich Kinder jeden Alters willkommen. Ein Haus, der Kinder, in dem Grund- und Mittelschule untergebracht sind, gleichzeitig aber auch Kinderbetreuung und Kindergarten mit integriert sind. Die Vorteile liegen auf der Hand. Alles befindet sich in einem Haus. So können Synergien besser genutzt werden. Das Schulgebäude ist dadurch auch dauerhaft optimal ausgelastet. Auch mit dieser Maßnahme zeigen die Menschen in Perlesreuth, unser Dorf hat Zukunft. Das Ziel ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und helfend zur Seite zu stehen. Es geht auch für den Waldkindergarten. Viel Platz, wenig Lärm und eine wohltuende Atmosphäre mit großem Gesundheitswirt. Perlesreuth liegt zwischen den Flusstälern der Ilz und der Ohe. Das Element Wasser ist allgegenwärtig. Der staatliche anerkannte Erholungsort befindet sich in einer klimatisch begünstigten Höhenlage und ist das ganze Jahr für einen Urlaubsaufenthalt gut. Die abwechslungsreichen Wanderwege erstrecken sich 70 Kilometer lang um Perlesreuth auf gut markierten Strecken und führen mit herrlichen Ausblicken durch das sanfte Hügelland des Bayerischen Waldes. Generationsübergreifend ist auch das Erlebnisgelände direkt am Freibad in Perlesreuth. Die einen trümmeln sich auf vielfältige Art und Weise im Wasser und haben ihren Spaß. Die anderen gehen ihrer Freizeitbeschäftigung gleich nebenan nach. Hier reihen sich Fitness, Freizeit sowie Spielmöglichkeiten für jedes Alter. Wenn sich die Kinder wohlfühlen, dann können sich auch die Erwachsenen rundum erholen und ihre Freizeit genießen. Ein Ort, an dem die Kleinen, die Jugendlichen, die Eltern und Großeltern gemeinsam auf ihre Kosten kommen können. Ja, so ist das Leben im Ilzerland. So ist das Leben in Perlesreuth. Bis zum nächsten Mal.